So, und hier ist jetzt der Wohnbereich mit Gästetoilette und Sitzgelegenheit in der Suite im Oberoi, hier in Dubai. Wir finden den Esstisch, hier die Sitzgelegenheit und hier dann nochmal das Office. So, und hier ist dann das Gästeklo nochmal. Und da geht es dann aus der Suite wieder hin.